Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zu Gameplay Rift. Ja, noch ne Folge. Ja, wir haben beim letzten Part hier Quest wieder gemacht. Und PvP. Heute machen wir kein PvP, nur Quest. Auch mal was anderes. Ich will da nicht rein. Eine Quest abgeben und dann gehen wir da ab. Das eine, die eine Quest, die mach ich nicht. Wenn ihr euch gerne erinnern, sind. Füße fassen, ist mir egal, ihr könnt das nicht machen. Jetzt gehen wir hier zurück, da hin. Diesmal wird der Part bisschen kürzer sein. Ähm, ja. Bisschen kürzer muss sein. Oh nein! Nee, komm, Tiger, komm. Luna, komm! Du blödes Vieh, komm jetzt! Ich sagte, komm jetzt! Ach, komm. Weck nicht. Wo ist sie jetzt? So, Herr! Du blödes Vieh! Immer kämpfen! Du misst sie! Juhu! Springen! Ah! Ich stöhne! Oh! Wie die vorhin gestöhnt hat. Nee, 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 das macht man nicht. Voll das coole Mount, ey. WoW gab's auch so ein Maun, das haben immer die Hexas bekommen, so ein, was die hier hat. Nur die Hexas haben sowas bekommen. Fand ich cool. Möget ihr tausend Jahre leben. Oh, tausend Jahre leben. Ja, das wär schön. Aber andersrum ist es doch nicht so schön. Falls wieder Krieg ausbricht, möchte ich gar nicht dabei sein. Wird schon nicht, aber... Tausend Jahre, boah. Das ist schon übel. Wird sowieso keiner. Nicht mal ein Spiel, bitte, alt. Große Sonne, hoher Besuch. Oh. Das muss ich dir noch kennen? Gut. Dann kennen wir mal die. Okay. Diesmal mache ich heute nur 10 Minuten. Ah, dann machen wir mal 12 Minuten. Das ist okay. Alles besser, dann hochladen. Wir müssen ja ewig warten. Ja gut, ich kann auch nur über Nacht hochladen. Das ist auch nicht so tragisch, aber... Hm. Immer über Nacht. Oh, mein Fieger hat einen Bug. Ich finde ja genial. Warte, du blödes Fieger. Scheiß Bug. Im letzten Part war das ja auch so, wo wir ja... ...PVP gemacht haben. Das war scheiße. Schon wieder ein Bug. Das ist doch assi ist das doch. Ich mag diese Bugs nicht. Diese Bugs habe ich genug. Und... ...S-3. Ne, keine Bugs, sondern Lacks. Habt man zu mal. Buggy, aber... ...ganz viel Lack. Ja gut, ich bin's 3. 2009, schon altes Spiel, ne? Umso besser man sein Rechen hat, umso schlechter wird das im Spiel. Bekloppt. Jetzt muss ich mal Tigerbäger hierher holen. Kann man nicht sein. Schon wieder ein Bug. Man. Ne, Köst ist fertig. Okay. Okay. Ah, das habe ich noch gar nicht. Oh. Cool. Sieht aber doof aus. Ganz doof. 5, was muss ich hier... Diese Viecher noch kennen, oder was? Welche Viecher muss ich jetzt hier noch finden? Ah, nee. Ich muss hier was aufsammeln. Ach, Sonja. Nein. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Leider gott das... ...with a part to it about off. Oh, das klappt. Ja gut, gegen den muss ich kämpfen. Ah, jetzt kam auf einmal mein Tiger. Auf einmal, oder muss ich die Quest... Äh, die Quest auch schon. Den Part für heute beenden. Was denn? Ach, die Viecher... Die Blumen muss ich auch noch sammeln. Oh, nee. Ey, das könnte ich echt in dem nächsten Part machen. Kann ich ja auch nur in dem nächsten Part machen. Komm, die bekämpfe ich noch. Und dann sammle ich noch was ein. Und dann... Ja, Tiger, du bist echt eine tolle Hilfe. Ja, Tiger, du bist echt eine tolle Hilfe. Tschau, tschau.